Ich glaube, wirklich digital bedeutet dann schon, dass man den Studierenden auch den Freiraum gibt, das zu machen, wann sie das möchten und wann sie auch Zeit haben. Das Medizinkurriculum ist voll mit Veranstaltungen. Wenn man in Präsenz da wäre, in Präsenz bist du 90 Minuten da, dann gehst du halt heim, musst noch nacharbeiten. Und im Inverted Classroom ist es schon so, dass die Eigenarbeit sehr intensiv werden kann, wenn du auf einmal richtig Lust darauf hast und dich beschäftigst. Also das Lehrprojekt, das ich vorstellen möchte, heißt Kluge Entscheidungen im klinischen Alltag. Das ist ein klinisches Wahlfach und es geht so ein bisschen oder ganz hauptsächlich um die evidenzbasierte Medizin. Und das ist auch der Grund, warum ich eigentlich zwei Gegenstände mitgebracht habe. Das eine ist der User's Guide to Medical Literature. Das war für mich so der Einstieg in die evidenzbasierte Medizin. Die meisten Bücher gibt es tatsächlich nur auf Englisch, weil im deutschsprachigen Raum sich das nach wie vor noch nicht so durchgesetzt hat. Und ich glaube, das Wichtigste, was irgendwie alle von uns in den letzten Jahren in der Hand hatten, war der Impfpass. Jetzt ist er plötzlich wichtig geworden und man hat sich nicht nur gefragt, welche Impfung soll ich bekommen, sondern auch welchen Impfstoff an sich. Und da hat Corona natürlich eine Datenlage generiert oder eine Infodemie, die uns jeden Tag mit Informationen überschüttet hat. Und dieses Buch, das in dem Kurs maßgeblich auch beteiligt ist, bringt einem bei, wie man der Infodemie Herr werden kann. Als denn die Pandemie kam, war ich natürlich auch vor der Frage, wie stelle ich das um. Und wir haben in der Pandemie, und jetzt haben wir es auch so belassen, weil es einfach gut läuft, komplett asynchron umgestellt. Das heißt, die ganze Information kommt in Lehrvideos. Die werden online gestellt in einem Stud-On-Kurs, in einem Online-Lernmodul, in so einem Ilias-Lernmodul, wo die Leute sich durchklicken können. Und dazu gibt es Übungen und diese Übungen können Sie selber oder in Kleingruppen mit Tutoren auch online machen. Also da gibt es dann Tutorengruppen, die mit speziellen Zoom-Links arbeiten, die in Foren spezielle Threads haben, wo die miteinander diskutieren können. Und da betreuen dann auch, im Moment sind es drei TutorInnen, die das digital und asynchron mitbetreuen. Und wir haben nur eine Einführungsveranstaltung per Zoom und eine optionale Endveranstaltung von Zoom. Und alles andere ist asynchron, voll digital. Die Studierenden, die sehen mich auch gar nicht. Die sehen mich nur in den Videos, wie ich zu Hause im Keller sitze und die Videos einspreche. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass Studierende, wenn die so ein komplett asynchrones Fach besuchen, einen Entry-Point haben und einen Punkt, wo muss ich hin. Also so dieses, wie komme ich in das Fach und was muss ich am Ende machen, damit ich es bestehe. Der Eingangspunkt ist immer eine verpflichtende Zoom-Veranstaltung, wo die da sein müssen. Einfach, weil ich kann nicht alles erklären, ohne dass die mich jemals gesehen haben. Also ich glaube, persönlicher Bezug zum Dozierenden ist total wichtig. Was dann wichtig ist, dass während des Senesters punktuell immer wieder Eintrittspunkte geschaffen werden. Weil der Nachteil so einer Asynchronität bedeutet, dass Studierende sagen, ich mache jetzt mal vier Wochen nichts. Was voll okay ist. Es ist voll okay, vier Wochen nichts zu machen. Aber wir wissen alle, wenn du vier Wochen nichts machst, steigst du schwerer ein. Dafür sind die TutorInnen wieder da. Dass die sagen, hey, du hast vier Wochen Pause gemacht, alles gut, kann ich dir irgendwo helfen. Oder der Studierende sagt selber, jetzt schreibe ich mal die TutorIn an, vielleicht, ich hänge gerade irgendwo. Der Leistungsnachweis war immer die Abgabe eines evidenzbasierten Patientenberichts zu einer klinischen Fragestellung. Zum Beispiel Patient, der Blutgerinnungshemmer kriegt oder irgendwie sowas. Und die Studierenden müssen dann so eine Art Hausarbeit abgeben. Ich sage jetzt mal im Umfang so zwischen drei und vier DIN-A4-Seiten. Und da muss klar sein, welche Literatur nehme ich, warum habe ich die genommen. Man muss begründen, warum man eine Entscheidung trifft am Patienten. Man muss die Entscheidung reflektieren. Wie würde ich als Patient mit der Entscheidung umgehen? Also da ist so richtig so alles in der klinischen Entscheidungsfindung von, ich suche eine Literatur zu der Fragestellung. Das Wichtigste ist, was hat der Patient überhaupt bis zum Ende, wie entscheide ich und wie fühle ich mich damit. Also das ist so alle Schritte der evidenzbasierten Medizin in einer Hausarbeit zusammengefasst. Also es ist letzten Endes eine schriftliche Abschlussarbeit. Also die positiven Rückmeldungen waren, sage ich mal, 95 Prozent. Es war eigentlich so, dass die Studierenden gesagt haben, endlich kann ich mal was auch komplett digital machen. Weil in der Pandemiezeit gibt es halt, also ich kann nicht nur was digital machen, sondern ich kann auch noch selber entscheiden, wann ich es machen möchte. Weil viele waren der Meinung, digital bedeutet, sich zur Vorlesungszeit in den Hörsaal zu stellen und zu streamen. Naja, da kann man darüber streiten, wie digital das ist. Ich glaube, wirklich digital bedeutet dann schon, dass man den Studierenden auch den Freiraum gibt, das zu machen, wann sie das möchten und wann sie auch Zeit haben. Das Medizinkurriculum ist voll mit Veranstaltungen. Das wurde also sehr gelobt. Natürlich wurde auch gelobt, dass wir überhaupt das Thema adressieren, weil, wie gesagt, dieses Thema evidenzbasierte Medizin distinkt noch nicht gelehrt wird. Es wird kommen, es wird auch im Curriculum als explizit so genannt stehen müssen irgendwann. Und wir wollten das aber halt jetzt schon machen. Das wurde auch gesagt, dass auch die Zertifizierung und dieses Zertifikat gut ist. An negative Rückmeldung kam wenig, aber was natürlich kommt, ist genau das Gegenteil, dass es Studierende gibt, die brauchen Struktur. Die sagen, oh, wenn ich selber verantwortlich bin für mich, da komme ich nicht klar damit. Ich brauche jemanden, der mir sagt, was ich machen muss. Das ist total in Ordnung. Aber für die ist das Wahlfach dann nichts. Und dann darf man dann auch sagen, das ist vielleicht nichts für dich, das ist auch okay. Und da muss ich auch mit klarkommen, dass nicht jeder damit zurechtkommt. Gelobt wurde auch die Arbeit mit den Tutorinnen. Das wurde gelobt. Was auch ab und zu noch kritisch war, ist, dass es doch mehr Zeitaufwand ist im Inverted Classroom als, wenn man in Präsenz da wäre. In Präsenz bist du 90 Minuten da, dann gehst du halt heim, musst noch nacharbeiten. Und im Inverted Classroom ist es schon so, dass die Eigenarbeit sehr intensiv werden kann, wenn du auf einmal richtig Lust darauf hast und dich beschäftigst. Und dann habe ich begonnen, den Studierenden Zeitslots zu nennen, wie sie sich maximal damit beschäftigen sollen, damit es nicht zu viel wird. Und insgesamt war die Rückmeldung auch innerhalb der Fakultät gut. Wir haben dann auch einen Lehrpreis dafür gewonnen, für dieses Projekt. Also es war dann insgesamt sehr erfolgreich. Also wir sind super, super zufrieden. Und ich sehe das auch an unserer kleinen, evidenzbasierten Medizingruppe. Also wir sagen immer die EBM-Gruppe. Wir haben auch eine kleine WhatsApp-Gruppe gegründet mit den Tutorinnen und mit ehemaligen Leuten, die da drin sind. Wir sind total glücklich mit dem Wahlfach, weil es mittlerweile ein Selbstläufer ist. Also wir aktualisieren jedes Semester. Wir sind sehr glücklich. Wir ändern auch jedes Semester was. Also es ist nicht so, dass wir jedes Semester das lassen. Ich spreche auch die Videos alle zwei Semester neu ein. Also jedes Semester neu ist schwierig, aber jedes zweite Semester spreche ich sie neu ein. Und zeichne auch auf mit Screencast, wie man das halt kennt eigentlich. Ja, also unser Fazit ist gut. Und letzten Endes, ich will eigentlich damit ins Curriculum. Also ich will kein Wahlfach bleiben. Aber ich kann natürlich nicht eigenständig das Curriculum verändern. Das ist ja klar. Und deswegen warte ich auch, was sich mit der neuen ärztlichen Approbationsordnung ergibt. Weil da wird sich das Studium ändern müssen. So unbequem das für viele auch sein mag. Aber das wird sich ändern müssen. Und da warte ich drauf.